Heute geht es um das Wachstumschancengesetz. Wir haben über das Thema schon Video gehabt, letzte Woche, falls ihr es gesehen habt. Heute wird es ein wenig ausführlicher und wir sprechen so ein bisschen über ein paar zusätzliche Themen und ich bin natürlich da, Fragen zu beantworten. Das ist so der Plan für heute. Und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und zwar der erste Punkt sind die Geschenke an Geschäftspartnern. Das ist ehrlicherweise so ein ziemlich trauriges Thema. Und zwar könnt ihr, wenn ihr euren Geschäftspartnern ein Geschenk mitbringt, zu Ostern vielleicht, zu Weihnachten, zum Geburtstag, irgendwann einfach zwischendrin eine Schachtel Praline oder Wein oder was weiß ich was mitbringt, dann dürft ihr den Einkauf dieser Geschenke als Betriebsausgabe absetzen, wenn der Preis unter 35 Euro lag und jetzt unter 50 Euro. Und jetzt kommen wir zu dem großen Problem. Das Ganze ist eine Grenze pro Geschäftspartner pro Jahr. Das heißt, ihr müsst tatsächlich unterjährig eine Liste führen, welchem Geschäftspartner ihr was geschenkt habt, in welchem Wert quasi. Und wenn ihr für einen Geschäftspartner die 50 Euro überschreitet, dann könnt ihr die gesamten Anschaffungskosten aller Geschenke diesen Jahres nicht mehr als Betriebsausgabe absetzen. Klingt dämlich. Das ist aber schon die Vereinfachungsregelung, weil bis zum Wachstumschancengesetz betrug die Grenze 35 Euro. Ja, aber an grundsätzlichen Regelungen hat sich leider gar nichts verändert. Ist eine wahnsinnig dämliche Regelung. Die hat sich aber, ja, wie gesagt, nicht wirklich verändert. Und von daher müsst ihr fleißig nach wie vor eine Liste führen, welchem Geschäftspartner ihr welche Geschenke gemacht habt. Weil sobald ihr über 50 Euro seid, müsst ihr nachträglich quasi die Anschaffungen wieder rausrechnen. Absoluter Quark in meinen Augen. Aber stand so im Gesetz. Der nächste Punkt ist die 1%-Versteuerung, beziehungsweise genauer gesagt nicht die 1%-Versteuerung, also die 1%-Methode, also die Firmenwagenversteuerung, sondern quasi die 0,25%-Methode. Und zwar habt ihr ja, vielleicht um mal ein bisschen auszuholen, wenn ihr ein Auto kauft und ihr seid selbstständig, habt ihr eigentlich zwei Möglichkeiten, wie ihr das Auto kauft. Die erste Möglichkeit ist, ihr kauft das Auto privat und dann ist das Auto privat. Und dann sind auch alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto sind, privat. Das heißt, tanken, Versicherungen, Reparatur, alles ist dann privat. Und genau, ihr zahlt alles privat. Ihr könnt aber die betrieblichen Fahrten des privaten Kfz als Leistungseinlage quasi buchen. Das heißt, ihr könnt quasi die betrieblichen Fahrten dann in der Buchhaltung schon berücksichtigen und darüber dann halt als Betriebsausgabe erfassen. Die zweite Möglichkeit ist, ihr kauft das Auto als Firmenfahrzeug. Da findet ihr eine ganze Reihe an Videos, einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber auch auf dem Kanal, wenn ihr da einfach mal Kfz-Firmenwagen, Betriebsvermögen, Privatvermögen eingebt, dann könnt ihr, findet ihr da viele, viele Videos zu. Das heißt, es gibt so ein bisschen abhängig von der Nutzung, ja, Regeln, ob ihr es dem Privat- oder dem Betriebsvermögen zuordnen dürft überhaupt. Aber wenn ihr euer Auto als Firmenwagen kauft, dann sind auch sämtliche Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit diesem Auto anfallen, tatsächlich Betriebsausgaben. Auch wenn es ein Firmenwagen ist und du mit deiner Familie nach Spanien in den Urlaub fährst und schön mit der Fähre nach Malle fährst und da irgendwo in Malle einen Kannstein mitnimmst und dann da zur Werkstatt gehst, dann ist das ganz offensichtlich im Urlaub passiert und auch im Urlaub repariert worden. Das ist aber ein Firmen-Kfz und damit sind auch die Kosten Betriebsausgaben. Das heißt, ihr bucht alle Kosten als Betriebsausgabe. Ihr müsst aber dann für die privaten Fahrten, die ihr ganz offensichtlich macht, wenn ihr damit in den Urlaub fahrt, müsst ihr quasi den privaten Nutzungsanteil rausrechnen. Und den privaten Nutzungsanteil, den berechnet ihr entweder mit dem Fahrtenbuch oder mit der 1%-Methode. Also soweit die Grundlage. Bei Elektroautos gilt aber nicht die 1%-Methode, sondern die 0,25%-Methode. Das heißt, ihr nehmt von dem Bruttolistenpreis des Autos 1% oder 0,25% und versteuert das. Und dann müsst ihr kein Fahrtenbuch führen. Und diese 0,25%-Methode ist unterm Strich eine 75% Steuererleichterung für Elektrofirmenwagen, muss man so sagen. Übrigens hat man die gleiche 75% Erleichterung, auch wenn man das Fahrtenbuch führt. Also das ist unabhängig davon, ob ihr die Pauschalierung nehmt oder das Fahrtenbuch nehmt, aber ihr habt 75% quasi Ersparnis bei der Versteuerung der Firmenwagen. Gesetzgeber möchte natürlich, oder natürlich, der aktuelle Gesetzgeber möchte inzentivieren, dass nachhaltige Mobilität mehr, also nachhaltige Elektromobilität, muss man so zu sagen, angeschafft wird. Und deswegen gibt es die Steuervergünstigung. Das geht aber nur bis zu einem gewissen Anschaffungspreis. Also bis zu einem Bruttolistenpreis von bisher 60.000 Euro. Und jetzt sind es 70.000 Euro. Das heißt, eure Elektroauto, was ihr als Firmenwagen anschafft, darf jetzt quasi 10.000 Euro mehr kosten, um quasi noch in Genuss dieser 75% Erleichterung zu kommen. Und wenn euer Auto teurer ist, dann zahlt ihr die Hälfte übrigens. Dann habt ihr auch immer noch eine Erleichterung, aber halt nicht mehr die 75% Erleichterung. Das ist darüber zu wissen. Das heißt, die Grenze wurde jetzt um 10.000 Euro angehoben. Vielleicht auch jetzt generell zu dem Punkt, weil wenn man sich mal anschaut, wie häufig diese ganzen Grenzen im Steuergesetz angepasst werden und wie so die Inflationsraten eines Jahres sind, muss man ganz ehrlicherweise sagen, das sind nicht wirklich Steuerentlastungen, sondern das sind in den allermeisten Fällen eher eine Inflationsanpassung oder eine Abmilderung der schleichenden Steuererhöhung. Und ich möchte aus diesem ganzen Thema überhaupt keine politische Debatte machen. Ich mache die Videos, um euch irgendwie zu helfen, wie ihr steuerlich klarkommt. Man muss aber ehrlich sein, die reale Kaufkraft, die sinkt immer weiter und ganz viele Grenzen im Steuergesetz sind quasi seit Jahren schon fix. So die Grenzen für die Kleinunternehmerregelung zum Beispiel, die wurden vor vielen, vielen Jahren angepasst. Und seitdem ist die reale Kaufkraft von dem Geld, was sie als Kleinunternehmer verdienen darf, natürlich erheblich gesunken. Und darüber kann man durchaus mal nachdenken, eventuell diese ganzen Grenzen vielleicht an einen Index, wie zum Beispiel der Inflation zu binden, ist nicht passiert. Aber deswegen, jetzt Elektroauto können ein bisschen mehr angeschafft werden und ich habe es auch im Kommentar gelesen, da gab es schon den einen oder anderen, der sich darüber gefreut hat, weil er irgendeinen Tesla Model 3 oder so im Blick hatte oder was auch immer und der lag gerade unter 70.000 und dann ist das halt jetzt möglich. Ein weiterer Punkt, der sich verändert hat mit dem Wachstumschancengesetz ist die Wiedereinführung der degressiven AFA, Abschreibung. Ihr findet unten in der Videobeschreibung einen Link zu einem Video, wo ich generell das Thema Abschreibung erklärt habe. Grundsätzlich ist es ja so, ihr kauft euch ein Wirtschaftsgut, beispielsweise ein Auto, ein Elektroauto, weil ihr jetzt ja noch mehr Geld für Elektroautos ausgeben könnt und dieses Elektroauto, das könnt ihr leider nicht im Jahr der Anschaffung komplett als Betriebsausgabe erfassen. Das ist hoffentlich niemandem eine Überraschung, sondern das ist hoffentlich relativ klar. Autos müsst ihr über sechs Jahre abschreiben und das heißt, ihr geht einmal rein und verteilt quasi die Anschaffungskosten auf diese Jahre. Bei 60.000 Euro sechs Jahre wären das 10.000 Euro im Jahr. Das heißt, ein Auto für 60.000 Euro müsst ihr quasi jährlich mit 10.000 Euro abschreiben und dann könnt ihr 10.000 Euro pro Jahr als Betriebsausgabe buchen. Und das, was ich jetzt schon überschlagsmäßig im Kopf gemacht habe, ist die lineare Abschreibung. Das heißt, in jedem Jahr wird der gleiche Betrag abgeschrieben. Aber wer sagt eigentlich, wenn ich sage, das Auto muss ich einfach über sechs Jahre abschreiben, dass ich dann durch sechs teile. Das heißt, dass ich jedes Jahr den gleichen Wertverlust buchhalterisch erfasse. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist das in der Realität ja gar nicht der Fall. Weil wenn ich ein neues Auto kaufe, einsteige beim Autohändler vom Hofer, dann ist es zu dem Zeitpunkt schon sehr viel weniger wert. Das heißt, in den ersten Stunden oder in den ersten Wochen, Jahren, verliert es viel schneller an Wert, als irgendwann später an Wert verliert. Wenn ich ein zehn Jahre altes Auto kaufe, dann verliert das in den nächsten zwölf Monaten weniger an Wert, als wenn ich Neuwagen kaufe. Das ist, glaube ich, eben logisch. Und das versucht die degressive AFA abzubilden. Denn degressiv bedeutet, ich schreibe in den ersten Jahren viel mehr ab, als in den späteren Jahren. Das heißt, rein praktisch, ich kann im ersten Jahr zum Beispiel 20% von meinen 60.000 abschreiben, statt die lineare. Und bei 60.000 Euro für ein Auto, das wären es ja durch sechs Jahre, wären es 10.000 Euro pro Jahr. Wenn ich jetzt die degressive AFA wähle, dann gilt das immer prozentual von dem Restbuchwert oder den Anschaffungskosten. Und da stehen jetzt quasi 20% im Gesetz drin. Das heißt, ich könnte jetzt 20% von den Anschaffungskosten, also 60.000 Euro, als Abschreibung buchen. Das heißt, 20% von 60.000 Euro sind 12.000 Euro. Das heißt, ich dürfte im ersten Jahr 12.000 Euro mit der degressiven Abschreibung abschreiben, statt den 10.000 Euro. Sind 2.000 Euro mehr, sind 2.000 Euro mehr, also weniger, die ich für steuern muss. Und bei, keine Ahnung, bei einem Steuersatz von 40% sind 800 Euro Steuern gespart. Das macht quasi die degressive Abschreibung. Und natürlich ist dann nach einem Jahr der Restbuchwert ein bisschen kleiner. Und dann nehme ich wieder vom Restbuchwert die 20% und so weiter. Und dadurch hat man in den ersten Jahren eine viel höhere Abschreibung und in den folgenden Jahren natürlich eine etwas niedrigere. Und in der Regel, also nicht in der Regel, man macht das immer so, switcht man in dem Jahr, in dem dann die lineare Abschreibung günstiger wäre. Und das ist die degressive Abschreibung. Das heißt, mit der degressive Abschreibung werden Investitionen inzentiviert, um es mal so zu sagen, weil ich halt schneller den Steuereffekt haben kann. Und so ein Auto ist natürlich eine hohe Anschaffung, jetzt aber auch nicht die höchste. Und die degressive Abschreibung, die gab es ganz früher mal, vor ewig langer Zeit. Das ist so das, das lernt man auch so in der Uni, wenn man irgendwie irgendwas mit BWL oder so studiert oder halt mit Steuern. Damals gab es noch eine degressive Abschreibung, die wurde irgendwann abgeschafft. Und seitdem wird eigentlich linear die Beiträge immer nur noch gleichmäßig übers Jahr verteilt. Und während Corona hat sich der Gesetzgeber gedacht, hm, das ist doch mal eine Methode, um den Leuten in Corona die Möglichkeit zu geben, einfach mehr Kosten abzusetzen. Einfach um die Wirtschaft irgendwie am Laufenden zu halten. Da gab es ja einige Corona-Regelungen. Und diese Corona-Regelung ist eigentlich ausgelaufen am 31.12.2022. Das heißt, eigentlich gab es diese degressive Abschreibung jetzt nach Corona wieder nicht mehr. Und im Wachstumschancengesetz hat sich der Gesetzgeber gedacht, das hat während Corona funktioniert, das wird auch wieder funktionieren. Und deswegen gibt es jetzt wieder die degressive Abschreibung. Absurderweise aber nur für neun Monate. Das heißt, wenn ihr euch jetzt euer Elektroauto kaufen wollt oder irgendetwas anderes, dann kauft es euch bitte zwischen dem 1.4., also vorgestern, gestern, also zwischen gestern und Ende des Jahres. Das heißt, vorübergehend wurde die degressive Abschreibung jetzt nochmal quasi wieder eingeführt für neun Monate zwischen 31.3. und 31.12.2024. Müsstet ihr bitte eure Anschaffungen tätigen. Grundsätzlich halte ich es sinnvoll, das zu machen. Also was ich selber in der Bearbeitung absolut hasse, ist so diese zeitliche Befristung von solchen Grenzen. Und jetzt zu sagen, für neun Monate nochmal irgendwie so eine degressive Abschreibung. Ey, überhaupt, vielleicht profitiert von euch irgendjemand davon. Also grundsätzlich ja, gerne wieder einführen, aber dann, warum denn nicht dann für immer? Weil so muss man ehrlicherweise sagen, hier, ich muss aber am 30. habe ich das jetzt gekauft oder ich nächstes Jahr erst im Januar und dann kann man es wieder nicht mehr in Anspruch nehmen und so weiter. Ist so, ist zeitlich befristet. Und was man hier vielleicht noch dazu sagen muss, das lohnt sich natürlich bei teuren Wirtschaftsgütern. Also bei großen Investitionen lohnt sich diese degressive Afa. Ich habe jetzt ein Auto gerechnet und da reden wir über 2.000 Euro, die ihr mehr absetzen könnt bei einem 60.000 Euro Auto. Das ist jetzt ehrlicherweise, das ist okay, bei 2.000 Euro macht das schon Spaß. Aber wenn ihr jetzt euch ein Smartphone kauft oder so, der steuerliche Unterschied ist winzig klein. Natürlich ist es interessant, je größer die Investition ist. Und was ist so die größte Investition, die man sich vorstellen kann? Immobilien. Und damit verlassen wir so ein bisschen das reine Thema, nicht vollständig, aber jetzt für diesen Punkt, verlassen wir einmal das reine Thema Selbstständigkeit. Denn die degressive Abschreibung, und die gab es vorher so gar nicht, zumindest nicht so, wie sie jetzt eingeführt worden ist, für Wohngebäude. Weil man muss sich immer bei Steuergesetzen überlegen, wer ist gerade an der Regierung und welche Interessen haben denn die quasi gesetzgebenden Parteien da. Und ein aktuelles Problem ist nicht nur der Klimawandel, sondern auch der knappe Wohnraum in Deutschland. Und deswegen war im Wachstumschancengesetz auch einiges dabei, wo man gesagt hat, man möchte quasi den Wohnungsneubau mehr inzentivieren, damit halt das für mehr Leute, also für Mieter, attraktiver wird und dass da halt mehr Geld reinfließt in das, ja, quasi in das Segment Wohnungsbau. Und ein Aspekt ist quasi die degressive Abschreibung für Wohngebäude. Das heißt, ihr könnt auch die degressive Abschreibung jetzt wählen als quasi Vermieter. Eingeführt wurde sie mit 5%. Das heißt, ihr könnt, Immobilien werden ja über lange, lange, ja, viele Jahre abgeschrieben. Und jetzt könnt ihr aber degressive Abschreibung mit 5% Abschreibungssatz wenden. Genau. Und gilt für Wohngebäude, die hergestellt oder im Fertigstellungsjahr angeschafft werden. Das heißt, in der Regel, wo jemand anderes das halt baut und du übernimmst es direkt. Das heißt, hier geht es wirklich um Wohnungsneubau. Wenn euch das interessiert, guckt, lest das gerne nochmal nach. Wie gesagt, in der Videobeschreibung sind viele Quellen verlinkt. Und an dieser Stelle auch noch einmal, es lohnt sich natürlich, diesen Kanal zu abonnieren. Ich werde zu all den ganzen Punkten auch noch separate Videos aufnehmen. Aus dem einfachen Grund, weil ich auf diesem Kanal wirklich diese ganzen Videos aktuell halte. Und ich nehme auch regelmäßig Videos wieder offline. Das ist unglaublich viel Arbeit, aber es ist ehrlicherweise, finde ich, notwendig. Weil es gibt nichts Schlimmeres als irgendwelche Steuertutorials, die inhaltlich einfach falsch sind. Es ist ja jetzt schon so, dass einige Elster-Tutorials nicht mehr, wo Elster dann so ein bisschen anders aussieht. Aber die Grundlogik ist wenigstens gleich geblieben. Und dieses Wachstumschancengesetz führt mal ganz geschmeidig dazu, dass ich 30, 40 Videos auf diesem Kanal neu aufnehmen muss. Wird jetzt alles in den nächsten Wochen kommen. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren, weil dann kriegt ihr sowieso alle Infos nochmal ganz Stück für Stück auch mit Beispielen erklärt und so weiter. Und ich nehme dann die alten Videos alle offline. Aber deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu abonnieren, weil ich das jetzt alles einmal aktualisieren werde. Vielen Dank an alle Parteien, die daran mitgewirkt haben, dass ich hier meinen ganzen Kanal nochmal neu aufnehmen darf. Nein, 30, 40 Stück sind es. Aber es ist tatsächlich eine relativ lange Liste, die wir hier abzuarbeiten haben. Sonderabschreibung. Wir haben schon über Abschreibung gesprochen, über degressive Abschreibung und so weiter. Wie sich das steuerlich auswirkt. Und der Gesetzgeber möchte ja aktuell, dass die Wirtschaft investiert. Warum? Wenn ihr viel Geld ausgebt, wenn ihr jetzt einen neuen Firmwagen kauft, wenn ihr jetzt einen neuen Laptop kauft, ein neues Smartphone kauft, egal was kauft, dann kurbelt ihr damit ja die Wirtschaft an. Und wenn quasi der Produzent für das Smartphone in Deutschland sitzen würde, blödes Beispiel, fürs Auto sitzt häufiger mal in Deutschland, das auch wiederum macht, dann geben alle Leute mehr Geld aus und dann geht es der Wirtschaft ein bisschen besser. Die Wirtschaftsleistung ist ja selten das Geld, was da ist, sondern das Geld, was halt immer wieder den Besitzer wechselt. Und deswegen möchte der Gesetzgeber gerade quasi es inzentivieren, dass ihr viel Geld ausgebt. Und über die Abschreibungsthematik geht er ganz offensichtlich. Und die Sonderabschreibung ist quasi eine Abschreibung abseits von der degressiven oder der linearen Abschreibung, die ihr einmalig anwenden könnt im Anschaffungsjahr oder auch, ich glaube, innerhalb von drei Jahren. Das heißt aber quasi, wichtig ist es vor allen Dingen in den Anschaffungsjahren. Und da könnt ihr jetzt bis zu 40% der Anschaffungen quasi einmalig anwenden. 40%. Bisher waren es 20%. Das heißt, ihr konntet von den Anschaffungskosten einmalig 20% einfach so im Jahr der Anschaffung in den Aufwand buchen. Jetzt sind es sogar 40%. Das heißt, wenn ihr euch jetzt das neue iPhone oder wie heißt die Apple Vision Pro, wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt diese Brille von Apple, was kostet die? 4.000 Euro. Und ihr müsst unbedingt das Ding haben, natürlich um zu arbeiten, dann könnt ihr davon quasi 40% von den 4.000 Euro sofort in den Aufwand buchen. Das heißt 40%, 4.000 Euro, 1.600 Euro als Sonderabschreibung. Und dann quasi den Rest davon, den verteilt ihr dann über die Nutzungsdauer. Funktioniert auch bei anderen Anschaffungen, Schreibtisch, Stuhl, Bildschirm und so weiter. Ich habe aber tatsächlich heute erst im Kommentarbereich mit einem von euch diskutiert, es funktioniert auch mit Autos. Und das muss man sich mal überlegen. Für 60.000 Euro ein Auto gekauft, 40% davon sind 24.000 Euro, die ihr im Jahr der Anschaffung sofort in den Aufwand buchen könnt. Und da spart ihr natürlich im Anschaffungsjahr ganz extrem Steuern. Aber wichtig bei diesen Dingen, da muss man quasi fast ausschließlich betriebliche Nutzung vorherschen. Also über 90% betriebliche Nutzung. Ihr dürft maximal 10% dieses Wirtschaftsgut, was ihr da verwendet, maximal 10% privat nutzen. Und das ist bei den meisten Firmwagen halt nicht der Fall, ehrlicherweise. Bei den meisten Firmwagen hat man eher eine private Nutzung, irgendwas zwischen 30 und 50%. Meine Erfahrung zumindest. Aber wenn ihr da privat unter 10% liegt, weil ihr zum Beispiel ein Taxi-Unternehmen seid und jetzt ein Taxi kauft oder weil ihr da auch ein anderes privates Auto habt, dann könnt ihr tatsächlich jetzt 40% reinpacken. Das ist übrigens eine Steuerregelung, die gilt nur für kleine Selbstständige. Das heißt, ihr müsst quasi unter 200.000 Euro Gewinn im Vorjahr gemacht haben. Und wenn ihr drüber seid, könnt ihr das nicht mehr in Anspruch nehmen. Das heißt, das ist wirklich eine Regelung, die für die kleinen Wirtschaftsteilnehmer ausgedacht worden ist. So, jetzt kommen wir zu privaten Veräußerungsgeschäften. Private Veräußerungsgeschäfte. Und da kommen vielleicht wahrscheinlich viele Fragen. Ich würde alle Leute, die sagen, wann muss ich denn eigentlich Privatverkäufe versteuern? Legitime, gute Frage. Schaut euch bitte das Video an, was ihr in der Videobeschreibung findet. Das würde ich euch dringend empfehlen. Schaut euch das an, weil ich kriege das, das kriegen wir nicht hin, das jetzt hier einmal in Gänze zu besprechen, um ehrlich zu sein. Wichtig ist nur, ihr müsst auch private Verkäufe versteuern, wenn ihr das quasi innerhalb eines Jahres mit Gewinn verkauft. Wichtig, ihr müsst nicht den Umsatz versteuern, sondern ihr müsst den Gewinn versteuern. Und das war immer steuerfrei bis 600 Euro. Das heißt, bis 600 Euro durftet ihr Gewinn machen. Und jetzt sind es 1000 Euro. Wo das für mich persönlich tatsächlich in der Steuererklärung überhaupt nur Relevanz hat, weil das meiste, was man sich kauft und anschließend wieder verkauft, ist anschließend halt weniger wert. Außer manchmal Kinderspielzeug so. Wenn man es gebraucht kauft auf Kleinanzeigen und dann wieder weiterverkauft, dann kann es sein, dass man vielleicht das Gleiche wieder rausbekommt oder so ein bisschen mehr. Aber ihr könnt 600 und jetzt sogar 1000 Euro Gewinn machen. Da, wo ich tatsächlich höhere Erträge erziele, sind Kryptowährungen. Weil Kryptowährungen sind keine Kapitaleinkünfte. Wenn ihr Bitcoin und die Kurse sind ja alle gerade relativ weit oben, ihr habt eine Haltefrist von einem Jahr. Wenn ihr egal was, auch Kinderspielzeug, egal was, alles länger als ein Jahr haltet, ist sowieso komplett steuerfrei. Das heißt, ihr könnt sämtliche Bitcoin-Gewinne steuerfrei haben, wenn ihr diesen Bitcoin länger als ein Jahr gehalten habt. Aber wenn ihr innerhalb eines Jahres kauft und verkauft und damit Gewinne macht, könnt ihr 1000 Euro steuerfrei quasi euch in die Tasche stecken. So, nächster Punkt. Und da möchte ich gar nicht so wahnsinnig viel drauf eingehen, weil das tolle Thema E-Rechnung wartet noch auf uns. Und zwar Umsatzsteuer-Voranmeldung. Ihr macht eure Frist, eure Umsatzsteuer-Voranmeldung, ja entweder monatlich, quartalsweise oder halt einmal im Jahr. Und wie oft ihr das macht, ist immer abhängig von der Umsatzsteuer, die ihr im letzten Jahr gezahlt habt. Und da sind die Grenzen unter 1000 Euro, macht ihr einmal im Jahr unter 7500 Euro, macht ihr das Ganze quartalsweise. Und wenn ihr über 7500 Euro im letzten Kalenderjahr an Umsatzsteuer gezahlt habt, dann macht ihr das Ganze monatlich. Und diese 1000 Euro, die wurden jetzt angehoben auf 2000 Euro. Das heißt, die Grenze ist jetzt ein bisschen höher. Warum ist das eigentlich irrelevant für euch? Ihr macht sowieso erstmal gar nichts. Ihr macht genau das, was das Finanzamt von euch will. Das heißt, das Finanzamt schickt euch einen Brief und sagt, bitte, jetzt wollen wir die Umsatzsteuer-Voranmeldung monatlich haben. Oder jetzt wollen wir sie quartalsweise haben. Oder jetzt müsst ihr sie gar nicht mehr machen. Dann macht ihr aber einfach einmal im Jahr eine Umsatzsteuer-Jahreserklärung. That's it. Das heißt, ihr hört sowieso, ihr wartet auf dieses Finanzamtschreiben. Ihr lauft da nicht in Gefahr, irgendwas falsch zu machen oder anschließend mehr zahlen zu müssen, wenn ihr das Ganze einfach wartet bis aufs Finanzamt. Und das würde ich euch jetzt auch dringend empfehlen. Und deswegen ist einmal jetzt für euch zur Info. Wisst ihr Bescheid, könnt ihr wieder vergessen, ihr ändert was an eurem Verhalten, wenn das Finanzamt euch explizit in einem Brief dazu auffordert. Und sonst ist es so nett zu wissen. Was wichtiger ist, aktiv zu wissen, ist tatsächlich die Kleinunternehmerregelung. Und zwar werden mit Sicherheit einige von euch die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen oder dann mit dem Gedanken spielen. Was nämlich viele Leute nicht wissen, tatsächlich als Kleinunternehmer, ihr weist ja keine Umsatzsteuer aus. Und ihr macht auch keine Umsatzsteuer-Voranmeldung. Und ihr macht auch keine Umsatzsteuer geltend, die in den Rechnungen enthalten ist, die ihr quasi auf der Ausgabenseite habt. Das heißt, keine Umsatzsteuer, keine Vorsteuer. Keine Umsatzsteuer-Voranmeldung. Was ihr als Kleinunternehmer aber tut oder machen solltet, ist eine Umsatzsteuererklärung. Aber das letzte Mal für das Jahr 2023. Weil das wurde abgeschafft. Das heißt, ihr macht als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer-Jahreserklärung mehr. Ist abgeschafft. Braucht ihr nicht mehr machen. War sowieso quatschig, dass man das machen musste. Die ist Besteuerung. Es gibt zwei Möglichkeiten, seine Umsatzsteuer zu zahlen. Wichtig, hier geht es nur um die Umsatzsteuer. Hier geht es nicht um die Gewerbesteuer oder die Einkommenssteuer. Und zwar schreibt er ja irgendwann mal eine Rechnung. Zum Beispiel jetzt im April 2024 schreibt er eine Rechnung. Und in einigen Geschäftsmodellen oder bei einigen Kunden ist es üblich, dass man die Rechnung sehr spät bezahlt bekommt. Ich habe mal für ein großes Softwareunternehmen gearbeitet und die haben mich einfach nach neun Monaten bezahlt. Vereinbart waren, glaube ich, drei Monate. Aber wenn man große Kunden hat, ist das zum Teil so, dass die einem die eigenen Zahlungsbedingungen quasi aufdrücken. Und da dauert das halt manchmal ein bisschen, bis man das Geld bekommt. Und trotzdem will man den großen Kunden haben, weil man viel Umsatz damit machen kann. Und es gibt ja zwei mögliche Zeitpunkte, wo man die Umsatzsteuer zahlt. Und zwar einmal, wenn ihr die Rechnung schreibt, dann bucht ihr ja schon die Rechnung in euer Buchhaltungsprogramm ein. Dann habt ihr aber so ein bisschen das Problem, dass ihr das Geld ja unter Umständen noch gar nicht habt. Das heißt, ihr müsst das Geld auslegen. Und der zweite mögliche Punkt ist halt die Umsatzsteuerzahlung dann, wenn ihr das Geld auf dem Konto habt. Rein praktisch, wenn ihr jetzt zum Beispiel heute eine Rechnung schreibt und ihr kriegt die erst im Dezember dieses Jahres bezahlt, ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich sie in der Umsatzsteuerformmeldung für April oder Dezember angeben muss. Und das ist der Unterschied zwischen Soll- und Istbesteuerung. Sollbesteuerung ist quasi die Besteuerung, wie ich die Rechnungen gestellt habe. Und Istbesteuerung ist so wie, ja, wenn es tatsächlich passiert ist. Das heißt, wenn das Geld tatsächlich auf dem Konto ist. Das heißt, Istbesteuerung ist immer günstiger, weil du das Geld dann halt schon hast. Und du musst es quasi nicht dem Finanzamt auslegen. Und die Istbesteuerung, die könnt ihr wählen. Das macht ihr im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, wenn ihr euch gründet. Und wenn ihr das übersehen habt und da was Falsches angegeben habt, könnt ihr das auch jederzeit ändern. Und zwar immer, wenn ihr Freiberufler seid, dann geht das immer. Scheißegal, wie hoch euer Umsatz ist. Oder zweitens, wenn ihr gewerbetreibend seid, aber unter, und jetzt kommt die Änderung, 800.000 Euro Umsatz im letzten Jahr gemacht habt. Und das waren 600.000 Euro. Das heißt, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr Umsatz machen und trotzdem noch die Istbesteuerung wählen. Auch hier sind wir in der Kategorie von, wo ich mir denke, so diese Grenze, keine Ahnung wie alt die ist, aber das ist mit Inflation und so auch überfällig gewesen, die mal nach oben anzupassen. Genau das Gleiche sage ich zum zweiten Punkt, und zwar die Buchführungspflicht. Und da habe ich gelesen, dass das über 50.000 Selbstständige in Deutschland betrifft. 50.000 Selbstständige sind von dieser Regelung, die jetzt eingeblendet ist, betroffen, und zwar der Bilanzierungspflicht. Wenn wir sagen, wir sind buchhaltungspflichtig oder buchführungspflichtig, dann sagt jeder von uns, ja klar, ich muss meine Buchhaltung machen. Es gibt aber einen riesengroßen Unterschied zwischen der Einnahmeüberschussrechnung und der Bilanzierung. Bilanzierung, muss man eine Bilanz erstellen, muss man eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen, wenn man Forderungen, Verbindlichkeiten und solche Sachen in der Bilanz stehen. Das hat man als Einnahmeüberschussrechnung nicht. Als Einnahmeüberschussrechnung bucht man, um es mal relativ simpel zu sagen, einfach nur den Kontoauszug. Und wenn ich eine Rechnung stelle und die wird nie bezahlt, dann muss ich die in der Einnahmeüberschussrechnung nie versteuern. In der Bilanzierung muss ich sie erst mal erfassen, denn es ist ein Umsatz und erhöht meinen Gewinn und erhöht auch meine Steuerlast. Und wenn sie dann später irgendwann nach langer Zeit nicht mehr einbringbar ist, dann kann ich sie auch abschreiben als Forderungsverlust, also als Aufwand. Aber erst mal wird immer alles gebucht auf Forderungen und Verbindlichkeiten. Und deswegen ist Bilanzierung so ein bisschen komplizierter. Wer muss bilanzieren? GmbHs, AGs, UGs und so weiter, also Kapitalgesellschaften. Und Gewerbetreibende, wenn sie im letzten Jahr über 600.000 Euro Umsatz oder 60.000 Gewinn lagen. Und diese 600.000 beziehungsweise 60.000 wurden jetzt angehoben. Es reicht, wenn eine Grenze überschritten worden ist, dann müsst ihr bilanzieren als Gewerbetreibende. Und tatsächlich zwischen diesen 60.000 und 80.000 beziehungsweise 600.000 und 800.000 liegen 50.000 Gewerbetreibende, die jetzt nicht mehr bilanzieren müssen. Und Freiberufler übrigens, herzlichen Glückwunsch, wieder Jackpot. Freiberufler haben es im ganzen Leben so ein bisschen einfacher. Die müssen das tatsächlich gar nicht machen. Die können immer eine Einnahmeüberschussrechnung machen, selbst wenn sie Millionen verdienen. Und damit kommen wir zu einem bahnbrechenden News. Die elektronische Rechnung. Und zwar ist die elektronische Rechnung nicht einfach nur eine Rechnung im PDF-Format, sondern eine elektronische Rechnung ist ein bestimmtes Rechnungsformat, was es jetzt quasi, ja, ich würde mal sagen, neu geben wird. Und da wird sich in den nächsten Jahren eine Menge ändern. Und dafür wurde jetzt das Fundament gelegt. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Es gibt noch gar keine Regelungen, die in diese Richtung gehen. Bisher gibt es Vorschriften, wie man eine Rechnung schreiben muss, also was drinstehen muss, aber noch keine, welches Datenformat das haben muss. Das Einzige, was dazu im Gesetz steht, ist, du musst eine Rechnung schicken und ihr dürft sie elektronisch schicken, also als E-Mail, wenn der Empfänger damit einverstanden ist. Das heißt, rein heute praktisch wäre es tatsächlich so, dass jeder sagen könnte, nee, ich will alle meine Rechnungen in Papier bekommen und dann müssen die Unternehmen euch auch eine Papierrechnung schicken. Das steht so im Umsatzsteuergesetz. Und jetzt wird da tatsächlich eine ganze tiefgreifend etwas verändert. Und zwar gibt es eine Verpflichtung zu einer E-Rechnung. Eine E-Rechnung ist kein einfaches PDF, sondern das ist ein Format, ein Datenformat, was maschinell verarbeitbar ist. Ein PDF ist ja, um es mal ganz simpel zu sagen, das stimmt wahrscheinlich technisch nicht, aber es ist eine Bilddatei. Und es ist heute so, dass ich ein PDF verschicke, das heißt, ich habe irgendein Rechnungsprogramm und generiere ein PDF und schicke das rüber und die Gegenseite versucht jetzt das mit irgendwelchen Tools im Buchhaltungsprogramm und so irgendwie auszulesen. Da gibt es dann OCR-Erkennungen und solche Sachen. Was jetzt eingeführt wird, verpflichtend, sind bestimmte Rechnungsformate, mit denen ihr quasi eure Rechnungen verschicken müsst. Das heißt, ihr könnt sie dann nicht einfach mehr per Papier verschicken oder nicht mehr einfach per PDF verschicken, sondern es gibt ein bestimmtes Datenformat quasi, was ihr in Zukunft verwenden müsst. Und das ist relativ simpel, ehrlicherweise, wenn man kleiner Selbstständiger ist. Und wir alle sind relativ kleine Selbstständige. Ich rede jetzt bei großen Selbstständigen von großen Selbstständigen. Wenn ihr Siemens seid, wenn ihr die Allianz seid, wenn ihr VW seid und so, dann seid ihr große Selbstständige. Dann seid ihr große Unternehmen. Und alle müssen das umstellen. Das ist die Verpflichtung, dass diese Rechnungen jetzt in einem bestimmten Format sind. Und es gibt Übergangsfristen und ich habe dazu tatsächlich ein paar mehr Slides gebastelt, einfach weil das, glaube ich, wichtig ist. Dazu kommt auch, und ich wiederhole mich, abonniert gerne den Kanal. Zum Thema E-Rechnung wird jetzt in den nächsten Wochen einiges kommen. Vielleicht hier an dieser Stelle wichtig, es gibt Übergangsfristen und Phasen und ihr müsst jetzt nicht sofort alles auf den Kopf stellen. Es verändert sich jetzt nicht alles sofort heute Morgen was. Das heißt, es gibt quasi ein neues Rechnungsformat. Das muss quasi Übergangsfristen, genau, habe ich hier einmal zusammengetragen und das geht quasi los ab 1. Januar 2025. Das heißt, ab nächstem Jahr müsst ihr Rechnungen in diesem neuen Format quasi erstellen und verschicken. Aber bis Ende 2026 gibt es noch weiterhin, ist es quasi die Übergangsfrist. Das ist bei ganz vielen so Gesetzesänderungen der Fall, die so tiefgreifend sind, dass es eine Übergangsphase gibt. Das war ja auch so bei der DSGVO und so. Da gab es eigentlich zwei Jahre und die ganze Welt hat es auch erst mitbekommen in den letzten 3, 4, 5 Monaten, bevor die zwei Jahre Übergangsfrist ausgelaufen sind. Aber hier an dieser Stelle, nicht, dass ihr euch irgendwann mal sagt, ihr habt das noch nie gehört. Diese Übergangsfrist, die fängt an zu laufen ab Januar 2025 und läuft bis Ende 2026 und in der Zeit dürft ihr quasi auch noch Papierrechnung verschicken oder dürft ihr auch noch eine PDF verschicken. Wichtig, wenn der Rechnungsempfänger damit einverstanden ist und das kann immer mal passieren, dass ihr Kunden habt, die sagen, nee, wir wollen keine PDFs mehr haben, wir wollen jetzt diese neue E-Rechnung, wir wollen dieses Format, was da quasi zugelassen ist oder gesetzlich vorgeschrieben ist. kleine Selbstständige, kleine Selbstständige, also bis 800.000 Euro Umsatz im Jahr, die haben sogar noch ein Jahr länger Zeit. Das heißt, ihr habt faktisch Zeit, wenn eure Kunden das mitmachen, bis Ende 2027. Das heißt, ab dem Jahr 2028 müsst ihr quasi euch umgestellt haben und das bedeutet dann auch ausdrücklich, ihr könnt eure Rechnungen halt nicht mehr schreiben mit Word, Excel, per Hand, Stift und Papier. ist rechtlich erlaubt, heute noch. Das könnt ihr dann alles nicht machen, sondern ihr müsst quasi das in dem Format, vorgeschriebenen Format machen. Und auch wichtig, das betrifft B2B-Leistungen. Das heißt, wenn ihr Endkunden verkauft, keine Ahnung, ihr macht Personal Training, macht irgendwelche Trainingspläne, Ernährungsberatung, verkauft auf Etsy an Privatkunden irgendwas, dann gilt das alles nicht. Ich glaube, das ist für jetzt, glaube ich, erst mal wichtig. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Ihr müsst ehrlicherweise eigentlich nichts tun, wenn ihr so ein Buchhaltungsprogramm verwendet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel LexOffice verwendet, das ist meine persönliche Empfehlung, also ich persönlich nutze für alle meine Unternehmen LexOffice und dann kümmert sich LexOffice um das. Das heißt, ihr habt sowieso ein Programm und LexOffice weiß ich, die kümmern sich schon eine ganze Weile drauf, die haben auch sehnlich da quasi hingefiebert, denn wenn ihr so ein Buchhaltungsprogramm, Rechnungsprogramm benutzt, dann werden die euch in Zukunft halt einfach die Möglichkeit geben, das richtige Format zu verwenden und zu exportieren und herunterzuladen und zu verschicken. Und dann müsst ihr da nichts machen. Ihr müsst eigentlich nur tätig werden, wenn ihr eure Rechnungen tatsächlich halt irgendwie mit Word, Excel irgendwas schreibt. Dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger und dann müsst ihr das umstellen, aber auch erst bis Ende 2027, außer einer eurer Kunden möchte das gerne früher haben, dann müsst ihr das auch früher machen. Und ich würde euch empfehlen, holt euch so ein Tool. Ihr könnt natürlich jedes andere auch benutzen. SavDesk ist meiner Meinung nach auch ganz gut. Papierkram.de ist auch ganz gut. Ich habe mir nicht alle auf dieser Welt angeguckt, aber natürlich, wir haben in der Kanzlei diverseste Mandanten, die unterschiedliche Tools benutzen und so weiter. Deswegen habe ich schon mal viele Tools gesehen. Ich persönlich nutze tatsächlich NextOffice für alles. Ihr findet auch unten in der Videobeschreibung so einen Link. Das ist, ich glaube, ich kriege das ein paar Monate for free. Ich habe mit NextOffice immer den Deal, den besten Deal, den es irgendwo im Internet gibt. Den kriege ich auch. Das heißt, wenn es irgendwo eine Marketingkampagne gibt, dann könnt ihr zumindest gleichziehen, immer mit meinem Partner-Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Könnt gerne den Link benutzen. Profitiere ich ein kleines bisschen davon. Reicht aber auch, wenn ihr das irgendwann in ferner Zukunft macht. Aber das, und da fangen wir vielleicht mal ein bisschen an zu spinnen, warum ist das eigentlich so bahnbrechend, wenn ich sage, dass das verändert fundamental etwas. Möglich ist das, und das habe ich, glaube ich, auch hier geschrieben. Es wird möglich werden, weil dann die Umsätze, quasi das, was auf den Rechnungen steht, quasi als Datensatz mitgeschickt wird. Ich versuche das die ganze Zeit so möglichst simpel zu erklären, ohne zu viel Fachchinesisch zu sagen. Und diese Rechnungsinformationen, die werden dann schon gemeldet. Das heißt, es gibt ein elektronisches Meldesystem, habe ich hier gesagt, das ist eigentlich, es geht von der EU aus, von der EU-Kommission, und die hat ein elektronisches Meldesystem. Wenn ihr quasi Rechnungen in dem Format schickt, dann werden Informationen von eurer Rechnungsstellung quasi schon die Informationen mit übermittelt. und das führt dann dazu oder wird potenziell dazu führen, dass ihr bestimmte Meldungen nicht mehr abgeben müsst, weil ihr quasi schon im Zeitpunkt des Rechnungsversandes quasi eine Meldung gemacht habt. Nicht ihr aktiv, sondern im Hintergrund wurde das gemacht. Und ich sehe das jetzt schon kommen. Viele Leute sagen, oh Gott, hier Überwachung und hier und gläserner Bürger. Ganz, ganz wichtig, hier geht es um B2B-Geschäfte. Hier geht es wirklich darum, wenn zwei Unternehmen Geschäfte miteinander machen. Und für mich aus Digitalisierungssicht ist das bahnbrechend und daran wird seit ewig gearbeitet und das gibt es in anderen Ländern gibt es das auch schon in deutlich ausgeprägterer Form. Wenn man sich mal vorstellt, dass die Rechnungsinformationen und zwar nicht nur von euren Rechnungen, sondern auch von den Rechnungen, die ihr bekommt, wenn die alle schon gemeldet werden an, ganz simpel gesagt, das wird nicht Elster heißen, an Elster, dann müsst ihr ja keine Umsatzsteuer-Fonds-Meldungen mehr machen, dann müsst ihr keine zusammenfassenden Meldungen mehr machen, dann müsst ihr diese ganzen Meldungen nicht mehr machen, die ja nichts anderes sind als das Zusammenrechnen eurer Rechnungen. Das heißt, das Potenzial, was sich daraus ergibt, sowas wie eine automatisierte Umsatzsteuer-Fonds-Meldung, eine automatisierte Umsatzsteuer-Erklärung, eine automatisierte Zusammenfassende-Meldung zu erstellen und perspektivisch in den nächsten Jahren das komplett überflüssig zu machen, dass ihr diese Meldungen abgeben müsst, dafür ist das das Fundament. Und das ist sogar explizit einer der Ziele. Jetzt nicht das alles, also Umsatzsteuer-Fonds-Meldungen abzuschaffen, ist jetzt kein konkretes Ziel, das wird dadurch aber technisch ermöglicht. Aber ein Ziel ist es tatsächlich, zum Beispiel die Zusammenfassende-Meldung abzuschaffen. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist ein Digitalisierungsvorhaben, das geht natürlich jetzt in der Geschwindigkeit, wie das halt so politisch funktioniert mit Digitalisierungsvorhaben, aber, also das Projekt gibt es auch schon lange, aber es wurde jetzt mit Wachstumschancen gesetzt, wurde das quasi auf den Weg gebracht. Es gibt jetzt Fristen und es gibt jetzt einen Beginn, eine Anfangsphase und es gibt eine Übergangsphase und so weiter. Und wir alle können uns darauf verlassen, diese Fristen, die werden sich noch nach hinten verschieben. Da wird sich noch Diverses verschieben. Aber das ist tatsächlich eine Entscheidung, die ist absolut fundamental. Für alle Leute, die das ganze Palawa und die Begeisterung für, ich will nicht scheiß Bürokratie sagen, aber darum geht es ja gerade, die das alle nervig finden, was müsst ihr jetzt machen? Gar nichts. Was solltet ihr vielleicht zum nächsten Jahreswechsel machen, also zum ersten Januar 2025? Holt euch ein vernünftiges Buchhaltungsprogramm, das euch zusichert, dass sie diese X-Rechnung und Zugpferdrechnung, also diese Rechnungsformate anbieten, die ihr in Zukunft braucht und dann müsst ihr auch nichts mehr machen. Was schreibt ihr da? Dann wird Buchhaltung wesentlich schneller. Ja, das dauert, wird noch ewig dauern, aber wenn man sich das mal vorstellt oder auch, wenn die Rechnungsinformationen von euren Eingangsrechnungen nicht in einem PDF oder in einer Papierdatei gefangen sind, sondern quasi als eine, ich glaube Zugpferd ist tatsächlich, das ist kein Scherz, so heißt ein Format, das ist quasi eine Kombination aus einer XML-Datei und einer PDF, das heißt diese Informationen müssen nicht ausgelesen werden, sondern sie sind quasi maschinell strukturiert, verarbeitbar, quasi schon enthalten in dem Dokument. Dann muss ein Buchhaltungsprogramm, hat dann keine Probleme mehr irgendwelche Rechnungen zu erkennen, weil sie einfach gelesen werden können von Buchhaltungssoftware. Das heißt, wird tatsächlich deutlich einfacher. Gibt es Grenzen für die E-Rechnung? Ja, Kleinbetragsrechnungen müssen nicht geschrieben werden, das heißt aktuell 250 Euro. Das heißt bis 250 Euro muss das auch nicht gemacht werden, das sind so die ganz häufig Kassenbons. Da muss es nicht gemacht werden. Das ist ja auch, wenn ihr im Supermarkt geht, keine Ahnung, Kaffee für eure Gäste kauft oder mal Batterien kauft. Ich kaufe regelmäßig Batterien für irgendwelche Mikrofone, die da anschließend nicht funktionieren und so. Da kriegt man ja, da werdet ihr auch an der Supermarktkasse in Zukunft keine E-Rechnung bekommen, weil es halt unter 250 Euro liegt. Wenn man kein Buchfunkprogramm nutzt, wie ist es dann mit den Eingangsehrechnungen von B2B-Kunden von mir? Naja, gar nicht. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Das heißt, du musst ja irgendwie deine Buchhaltung machen. Oder anders gefragt, was passiert bei E-Rechnung, die ich ab 2025 erhalte? Brauche ich dafür jetzt ein Tool? Ich würde mal sagen, ich habe mich jetzt noch nicht in dem Gesetz in der Tiefe eingegraben, dass ich dir jetzt alle Konstellationen erzählen könnte und welchen das jetzt genau wie ist. Ich werde zu dem ganzen Thema jetzt in den nächsten Wochen viele, viele Videos erstellen, wo ich auch alle möglichen Fragen, da nehme ich auch die Frage einfach mal mit auf, einfach mit berücksichtigen und einfließen lasse. Es hat ja auch alles noch so ein bisschen Zeit. Das ist ja wirklich so eine Regelung, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen. Meine Erwartung wäre, sucht ein Buchhaltungsprogramm. Und zwar, weil das ja nicht nur eine Verpflichtung ist, sondern auch ein unfassbares Potenzial ist, sehr viel effizienter mit seiner Buchhaltung fertig zu werden. Das heißt, Buchhaltungsprogramme werden sehr viel mehr Spaß machen, weil sie viel mehr einfach alleine arbeiten können. Umgangssprachlich gesagt. So, wenn ich über eine Online-Plattform digitale Produkte verkaufe, bekomme ich keine Rechnung in dem Sinne, sogar nur mein Nettogehalt monatlich ausgezahlt. Inwieweit betrifft das E-Rezept zu? E-Rezept meinst du wahrscheinlich E-Rechnung. E-Rezept ist auch nochmal eine Regelung, die hat aber nichts mit Buchhaltung zu tun. Grundsätzlich alle, alle B2B-Leistungen. Bei Online-Plattformen muss man generell immer überlegen, wer macht eigentlich Geschäfte mit wem. Es gibt so ein paar extreme Beispiele. Und zwar, um einfach mal ein sehr positives Beispiel zu nehmen, ist Digistore24. Digistore24 macht das in der Regel so, dass wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs oder einen E-Book oder eine Checkliste oder was auch immer über Digistore verkaufst, dann verkauft Digistore dieses Produkt an die Endkunden. Und du hast als einzigen Vertragspartner Digistore. Das heißt, es läuft quasi komplett einmal durch die Buchhaltung von Digistore. Und damit seid ihr quasi in Reihe geschaltet. Der eigentliche Kunde, Digistore, das gleiche gilt übrigens auch bei Kindle Direct Publishing oder bei Merch bei Amazon und solches. Amazon macht das auch sehr, sehr häufig. Und dich. Du hast nur eine Vertragsbeziehung mit Amazon. Und nur das ist für dich, für deine Buchhaltung relevant. Anders ist es bei PayPal beispielsweise. Wenn du PayPal als Zahlungsdienstleister benutzt, dann hast du nämlich den Kunden, PayPal und dich. Und PayPal oder Stripe auch, also die reinen Zahlungsanbieter, erstellen ja auch irgendwelche Belege. Aber du hast eine direkte Geschäftsbeziehung mit deinem Endkunden. Und dadurch wechselt natürlich dein Endkunde auch immer. Wenn du einfach Kindle Bücher über Amazon verkaufst, dann ist dein Kunde vollkommen egal. Du kannst 100.000 Bücher verkaufen und dein Geschäftspartner für diese 100.000 Transaktionen ist immer Amazon. und du brauchst keine 100.000 Rechnungen erstellen, sondern halt so viele Rechnungen, wie du Auszahlungen von Amazon bekommst. Und so viele Rechnungen brauchst du. Was anders ist, wenn du über PayPal 100.000 Bücher verkaufst, weil dann musst du 100.000 einzelne Rechnungen stellen und dann bist du dafür verantwortlich quasi. Und deswegen ist das alles so ein bisschen tricky, um ehrlich zu sein. Und musst du einfach erstmal die Geschäftsbeziehung verstehen, um zu verstehen, ob E-Invoicing da relevant wird oder nicht. Sehr gut. Dann heißt es demnächst im Steakhouse nicht mehr, ich brauche einen Bewirtungsbeleg, sondern ich brauche eine E-Rechnung, oder? Unter Umständen ist das das, was wir erwarten können, ja. Auch das ist ja eigentlich nicht kompliziert zu lösen, ehrlicherweise. Da jetzt einen QR-Code irgendwo hinzuhängen oder sowas, ist eigentlich nicht das Problem. Als wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen würde, ist tatsächlich das ganze Thema Verlustverrechnung. Wir haben tatsächlich das vorhin schon so ein kleines bisschen vorgenommen. Und ich muss jetzt leider so ein bisschen so auf die Seite hier gucken, weil der Laptop vor meiner Nase ausgegangen ist. Ihr könnt Verlust vortragen. Und zwar, vortragen heißt, wenn ihr zum Beispiel 2023 einen Verlust gemacht habt, dass ihr diesen Verlust mitnehmt in das Jahr 2024. Das geht und das wurde tatsächlich jetzt gerade auch erweitert, vereinfacht. Hier an dieser Stelle vielleicht nur ein wichtiger Hinweis, wenn euch das Ganze interessiert. Ich habe ein Video auf dem Kanal, an dem ich das erklärt habe. Es sind wahrscheinlich Grenzen, die betreffen euch nicht so richtig. Ich möchte es trotzdem in der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Und zwar könnt ihr quasi eine Million sowieso vortragen, wenn ihr in den drei Jahren vorher, also jetzt, wir reden über 23 auf 24, wenn ihr in den Jahren 2022, 2021 und 20 keine Gewinne gemacht habt, dann kann man das quasi nicht zurücktragen. Und deswegen muss man das vortragen in jetzt 24 und die nächsten Jahre. Und eine Million Euro Verlust könnt ihr uneingeschränkt quasi vortragen. Und das, was über eine Million hinausgeht, konntet ihr nur zu 60 Prozent mitnehmen und jetzt sind es halt 70 Prozent. Falls es irgendeinen von euch betrifft, der mehr als eine Million Verlust im letzten Jahr gemacht hat, schreibt mir unten mal, ich möchte wissen, wie ihr das gemacht habt. Eine Million Verlust zu machen, dafür braucht man auch erstmal eine Million, um es mal so zu sagen. Aber ich wollte das wenigstens der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben wollte. Wichtiger Hinweis ist nur, ich werde zu all diesen Punkten, hatte ich schon erzählt, die ganzen Videos, die auf dem Kanal online sind, aktualisieren. Zu Thema E-Rechnung kommt noch eine ganze Reihe an Dingen. Das Wichtigste ist gesagt zu den Punkten. Ihr findet halt, wie gesagt, in der Videobeschreibung auch nochmal einen ganz ausführlichen Artikel. Das ist ein Artikel von Haufe. Schaut da gerne mal bei Haufe rein, da steht dann wirklich alles, alles drin. Das ist halt jetzt nicht von mir übersetzt in verständlich, sondern so, auch wenn jemand die genauen Paragraphen will, guckt im Haufe-Artikel nach. Die wollte ich jetzt hier nicht überall reinbauen, weil die meisten von euch interessiert sich dafür nicht. Und jetzt vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, ich höre das in den Kommentaren und lese das so wahnsinnig häufig. Leute, ich mache die Gesetze nicht. Ich finde die auch nicht zwingend gut, nur weil ich sie versuche zu erklären. Was ich mir in den letzten, also Plattformsteuertransparenzgesetz und Wachstumschancengesetz in zwei Videos, die haben sehr viel, also für Steuerverhältnisse sehr gute Aufrufzahlen bekommen. Und wie viele Leute mich angehen, weil das Gesetz mies ist. Ich habe damit nichts zu tun, ich erkläre das nur. Es tut mir leid. Ich finde es ja zum Teil auch doof, weil ich bin auch selber selbstständig und leide ja genauso darunter. Ja, und wir sehen uns bald wieder. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, vielleicht sollten wir, wir haben das am Anfang des Kanals relativ häufig gemacht, so mit Livestreams und so. Vielleicht, ich schaue mal, dass wir das vielleicht mal wieder häufiger machen. Ich habe daran eigentlich echt Spaß. Danke euch. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020